michael kannst du mal die chat comments in den chat posten nein 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 lass das danke okay ja das muss ich noch mal überarbeiten hier leute wurden da muss ich noch mal überarbeiten ich sollte schreiben vier leute wurden den heim zum fraß vorgeworfen da kannst du rein und frittieren was was du willst energy cola nein ich schnapp mir kein dodo okay okay log in with speech einloggen ja autorisieren da 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 das habe ich überarbeitet was wollte ich jetzt noch überarbeiten wollte ich noch überarbeiten sonst meckert robin wieder kapitän und die 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 vielleicht sollte ich hinter der zahl noch punkten Nein Okay Und das Okay also ich habe das jetzt mal ganz schnell überarbeitet das was ich überarbeiten wollte und jetzt geht es weiter ja einmal habe ich jetzt das taus gefangen habt oder nicht scheiße und jetzt geht es weiter und dann geht es weiter und dann geht es weiter und dann geht es weiter und Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wo ist er denn? Da ist Flur. Da! Nein, habe ich nicht. Ja, wo ist er denn? Was noch cool wäre, wäre ein Counter. Ja, wo ist er denn? 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 Klauros ist bepflichtet. 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 Wichtig. Rigs nee eh. Nee so ist es nicht gemeint ich äh. Würde gerne wissen wie viele. Unterschiedlich spel� man in den in der safari zone fangen kann. Um här zu wissen. Jo jetzt hab ich ja alle. Weiß ich wie ich mein? Und dann geht's weiter. weil so ja schritte und und safari bälle sind ja okay aber dadurch weiß ich ja noch nicht wie viele verschiedene pokémon ist hier fangen kann weißt du wie ich mein quasi nur um zu wissen ja okay hier habe ich alle hier muss ich nicht noch mal hin hallo taurus taurus ist geflüchtet tschüss taurus wir sehen uns gleich wieder 22 8 du kacke und 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 und